Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Naruto Storm 4. Unglaublich wie geil der letzte Part bei euch ankam. Das hat mir richtig Spaß gemacht und auch wieder heute richtig Freude gemacht, diesen Part hier aufzunehmen. Ja, die vorigen Parts wie gesagt haben wir ein bisschen rumgespackt, aber ich hoffe, dass es jetzt wieder besser wird, wie es der letzte Part gezeigt wird. Und ihr ihn ja wirklich richtig gut bewertet habt mit 4, ich glaube schon bei 12 Likes hatte ich 4 Likes nach oben und ich hoffe es werden noch paar. Aber, heute geht es weiter und zwar ist der Zehnschwänziger Zehnschwänze. Ja, auf jeden Fall, ihm reicht nicht nur einer. Gebrülltes Zehnschwänzigen Jutsu der Allerierten Linie Streitkräfte. Und ich würde doch mal sagen, geschätztes Spielzeit 23 Minuten, also hauen wir doch mal gleich los und werden nicht lang um den Eisenbrei reden. Let's go. Lass den Zehnschwänzigen brüllen. Die gehen wird wieder auf 1.0-10 추가. ... ... Das war's für heute. Ich habe es nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das ist das, was die Welt der Welt zu verändern. Ich wollte mich nicht mehr so fühlen, aber ich habe es nicht mehr so. Hm. Und es geht los, jetzt geht's wieder ein ordentlichen Boss Battle mit mehr als 50% Gesundheit gewinnen, 40 Augen des Zehenschwänzigen zerstören, 60 Augen des Zehenschwänzigen zerstören und so weiter und so fort, Geheimfaktor aktivieren. Alles klar, wir werden natürlich unser Bestes probieren. Kurumarus Angriff richten sich auf Erfasstenziele, indem du bewegst, kannst Erfassenziele wechseln. Ja, okay. Drücke dreieckfähig, um einen verteilten Bichudama loszulassen. Damit kannst du auf einzelner Schlag mehrere Ziele schaden zufügen. Wenn du dabei viel gedrückt hältst, nimmst du die Zahl deiner Fasstenziele zu. So kannst du sogar noch mehr Feinde aufs Korn nehmen. Okay, probieren wir doch, da mal loszulegen hier. Und bam, du. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Und nochmal. Wow. Und jetzt gibt's hier ordentlich Power hier, Bichudama. Und jetzt gibt's mal ordentlich hier. Bam. Dankeschön. Zehn Sch- Boah, was macht denn der jetzt? Oh, jetzt ist er sauer, jetzt wird er rot hier, oder was, mein Freund? Ich glaub, jetzt müssen wir ordentlich hier ausweichen. Bam. Wow. Jetzt wird er aggro hier, mein Freund hier. Bleib weg mit deinem Mundgeruch, ey. Hab ich denn jetzt Schaden zugefügt? Ey, ich hab Schiss vor dem. Boah, hab ich mir jetzt gut, ich glaub, das war richtig. Und jetzt kann ich ihm aufs Maul so richtig hauen. Und jetzt friss meine Fausten. Jetzt gib du ihm auch einmal, der wollte sowas richtig. Hat er ihm jetzt Schaden gemacht? Der Zehnschwänzige, so haben wir es jetzt immer ordentlich gegeben. Und jetzt gibt's nur Fausten. Und jetzt geht's hier weiter. Ah, fucky. Äti, bäti, äti, bäti. Wuhu. Alter, ich will auf Märche drücken, ey. Ich glaub's grad nicht so mehr, wie ich will jetzt. Ah, jetzt. Bam, 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 bam. B2 Dharma-Bälle. Jetzt muss ich grad'n bisschen konzentrieren. Nein. Hallo, ich will auf. Boah, die Wiese auch hoch. So, ne. Ey, danke. Ey, jetzt kommt er wieder mit seinem Mundgeruch hier. Geh mal weg mit deinem Mundgeruch hier. Boah, hat er mich jetzt noch erwischt? Jetzt kommt er wieder mit seinem Mundgeruch hier. Jetzt gibt's hier ordentliche Dröhnung, mein Freund. Alter, der rastet mega aus hier. Ich schwör's euch. Und jetzt, bam. Haha. Ah, scheiße. Huchensohn, Mann. Boah, 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 boah. Hey, Chee Bitch. So. Ich glaub, der wollte grad noch mal ne Bitschuhbombe machen, also. mein freund hier der rastet wieder aus dieser typ aber wir haben bald wir haben ihn bald in der luft ist sie sagt richtig cool ist jetzt haben wir dich mein freund jetzt haben wir dich gibt es im ordentlich jetzt kommen wir kurama genau so ist er und jetzt und jetzt kriegt er noch mal um jetzt ordentlich jetzt geben wir den rest haben wir jetzt soweit fertig jetzt kommt glaube ich bestimmt jetzt wieder so kommt die bewegung genau das kenne ich jetzt müssen wir im entkommen jetzt geht aber mega hier ab wohoo das ist scheiße alter das ist richtig schwere ding jeder wo denkt dass es easy ist ist es gar nicht jetzt geht es gleich rüber aber wir bald geschafft nein wir dürfen jetzt nicht weiter abkacken weil wir haben wir haben fast geschafft sehr gut ja was soll man denn da dann drücken wenn der so kommt damit sein mit seinen krebs händchen hier alter ist gut mein ist gut mein freund schön mal dein leben hier alter der geht hier ab aber wir haben es gleich geschafft wir haben es gleich geschafft wir haben es ja wohl wir haben die 50 prozent geschafft meine freunde das heißt damit war ich jetzt gerade nicht ihr eins scheiße also ich muss das echt noch sehr gut jetzt spielt schütte armerbomben hier rein fetzen noch mal bam bam und jetzt rücken wir nochmal ordentlich hier beim machen das ihn in was macht denn der jetzt boah er hat alle geholt so episch ich schwörs euch w w w w w w w w w ... ... ... ... Hier wird der Wettbewerb. Wir sollten den Wettbewerb mit den Fähigkeiten durch die Erwartung, und dann werden sie den Fähigkeiten zurückkehren. Wir gehen! Wir sind alle! Das war's für mich. Das war's für heute. 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 Und, aber ihr wisst ja. Nicht so fett.